Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Puh, hey, geh weg. Ach du Scheiße. Nein, 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 friss das nicht, friss das nicht. Das glaub ich jetzt nicht, verdammt. Sollen wir sie erschießen? Nein. Warten wir ab, was das für eine Wirkung auf sie hat. Oh, what the fuck? Nein, Eddie, David, Hilfe! Was macht das? Nein, nein, was macht sie? Okay, ich will das nicht. Bitte aufhören! Stell dich tot, rutsch runter! Ich bin gleich tot! Erschieß den Bär! Erschieß sie! Nein, nicht schießen! Nicht schießen! Eddie, du musst dich wehren, okay? Der Bär spielt mit dir. Ich würde lieber ruhig bleiben. Buddy, jetzt mach irgendwas, mach was! Eddie, bitte stirb nicht so, Eddie, bitte! Ja, wie? Nach allem, was wir durchgemacht haben, komm schon, komm hin! Geh runter! Du hörst nicht zu! Hey! Oh mein Gott, der wird sterben! Hey, Kleines! So ist gut, Kleines. So ist gut. So ist gut. Das ist wie Kokainweinheiten. Lauft! Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Komm schon! Der wird! Die Tasche ist 14 Millionen wert! Wir hatten Waffenstillstand. Wo ich herkomme, hält man sich dran. Siehst du nicht, dass ich dir helfen will, Junge? Hau ab! Ohne die Tasche niemals! Lass es, Mann! Fahren wir nach Hause! Wir bringen die Tasche zu Sid, Eddie. Nein, ich hab' nie! Lauf! Los, los! Scheiße! Dad! Heiliger Scheiße! Dad! Oh shit! Was machst du hier? Oh, Escape! Du hast ihn nicht mitgebracht, oder? Jetzt beruhige dich. Alles bestens. Er ist zu Hause und zieht fern. Was? Wie lange ist er schon allein? Du hast ihn bei mir gelassen! Sehe ich vielleicht aus wie eine Daddy-Kindertagesstätte? Fuck, was ist'n mit dir passiert? Sehr viel. Hast du das Koks? Ein wenig. Der Bär hat das meiste gefressen. Was? Der Bär! Verfickte Scheiße! Er ist auf Koks! Ein fucking... Ein Bär ist auf Koks, Dad! Fick das! Echt jetzt! Fick diese ganze Nummer hier! Eddie, Eddie, jetzt beruhige dich. Sieh mich an. Sieh mich an. Ich bin dafür verantwortlich. Unter meiner Aufsicht ist sehr viel Kokain verloren gegangen. Und meine Geschäftspartner interessieren sich nicht dafür, wieso. Aber es ist passiert. Sieh mich an. Die machen Jagd auf mich. Meine Familie, wenn sie nicht jeden Penny von mir zurückkriegen, Junge. Verstehst du, was ich sage? Das betrifft auch dich und Gabe. Hast du das verstanden? Wir haben keine Wahl. Da ist eine Tasche bei dem Korb und den Bären. Da drüben bei dem Pavillon Ding. Kommt. Komm, Junge, komm. Was siehst du? Hm? Er ist verrückt oder sowas. Was? Kann ich mal die Kamera haben? Ja. Gib mir die Kamera. Verrückt. Ich denke, wir sollten ihn in Ruhe lassen. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Komm schon, komm. Oh. Komm. Der ist so süß. Oh, es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen, Christopher. Ich habe keine Angst, Elsa. Honey, nein, natürlich nicht. Oh, fuck. Keine Panik. Was machen wir? Beim Schwarzbären musst du dich wehren. Beim Braunbären hingegen hinlegen. Aber ist er schwarz oder braun? Ich meine, für mich sieht er braun aus. Wir sind ein Appalachan. Er ist schwarz. Wir müssen kämpfen. Woher weißt du das? Du bist kein Bären-Experte. Was du auch tust. Nicht. Lauf. Oh nein. Oh nein. Ich sag dir nicht rennen. Bleib stehen. Bleib stehen. Lauf. Lauf, Elsa. Lauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf. Lauf. Er kommt her. Mach schon. Der verpulscht uns. Oh. Nein. Nein, nein. Oh, ah. Lauf. Das ist Drogs. This is your brain on drugs. It isn't glamorous or cool or kid stuff. The thrill can kill. Smokin' crack is like puttin' a gun in your mouth. And pullin' the trigger. Millions of dollars worth of cocaine dropped from the sky early today onto a driveway in Knoxville, Tennessee. Kennelly Jones reports tonight it was found on the body of a man who fell to his death when his parachute failed to open. The body of the heavily armed parachutist was found early this morning by 85-year-old Fred Myers and his neighbor, Ralph Johnson. And you can see that his main chute didn't open, so I guess the locust is too much for him. Police found more than 70 pounds of cocaine wrapped in football-sized packages in a duffel bag the chuteist was carrying. M Police find more than 70 pounds of cocaine and swelling inside the body of aاخIDS. i i i i